ja damit siegurke und herzlich ich habe schon wieder vergessen das geht zu wechseln man bin ich gut ich wollte genau das tun es war jetzt die gute ausrede jetzt kann ich diese nächstes mal nicht mehr bringen alter nein ohne scheiß das war echt dumm von mir richtig dumm sogar ich habe nichts mal wieder alter nur weil ich wie immer dieses behinderte kit nehme gut ich habe damit letztes mal gewonnen und es war schon dem kit eigentlich zu verdanken aber trotzdem ja toll danke es kommt wieder habe ich wieder 2000 abbringt also so echt legende dieser 2000 den krieg ich nie mehr her okay es fehlt mir eine hose steht mir fehlt ein dia ein dia kommt schon ein letzter bitte ein dia oh man fick dich du hast besseres equip ich hasst dich ich habe dein leben ich hasse eine generatio was da ist aber dafür einer du bist so eine posse ohne scheiß was kann man gegen sowas eigentlich effektiv machen schaffst es hoch jetzt kommt der andere auf stauben werde ich wollte gerade das wasser weg machen alter wie schlecht von dem wie schlecht von dem bg das war richtig schlecht von dem ohne spaß oh man du bist so ein wichser ich habe sein leben ich habe deine familie ja leute ich habe mich dazu entschlossen weiterzumachen denn gott hat zu mir gesprochen gesagt hey du bist der beste youtuber ich habe die jemals gegeben hat ich habe die sogar abonniere ich habe die beste map für das kid wieder mal rausgesucht oh mein gott ich bin so ein alter ich bin so gut ey ich bin so toll ich bin so ich bin blank ich habe kein game mehr auf der bahn schaue nur noch in den schrank und ich sehe keine mode weil meine mama alles kauft was er kommt kommt du pisser nur das bessere sekur wirklich tschüss tschüss weißt du was denkst dir jetzt vielleicht das ist ja wasser aber das ist es nicht mehr lange blöd ne rege wenn es nicht erhaft das ding an der ganzen geschichte ist der plan an sich war ja sehr geil jetzt komme ich nicht mehr hoch er hat sich jetzt nicht ernsthaft gerettet irgendwo also hatte aber das bei tun na na du nudel wie geht es so da unten ohne irgendwas wenn wir und dann für irgendwie nix noch nicht mehr hoch geil ich bin auf dieser truhe gefangen der gefangene alter was soll ich jetzt machen eigentlich ich kann nichts machen ich kann auch an die truhe nichts dran tun das war ziemlich dumm was ich jetzt gemacht habe ich habe gewonnen lol das geht hier kann man lol seit wann kann man tnt auf thron platzieren das ist scheinbar die einzige möglichkeit um was auf thron zu platzieren ok jetzt muss ich glück haben und hoffen dass ich da rüber jumpen kann das wird echt knapp und das wird ziemlich sicher nicht reichen wenn ich so vorangehe würde jetzt gerne sogar noch ein ding craften ähm halflaps das geht allerdings nicht hiermit mann das war so knapp ich hätte es dabei belassen müssen scheiß map ich mag dich nicht ich werde dich nie mögen ich werde gott nie mögen weil er hat mich dazu gestiftet dass ich weiter mit youtube mache gotteslästerung fordung nicht was bis gleich nein ich bin wieder die map mann ich hasse mein leben ich habe auf jeden fall es gibt brandstifter oh mann ich hasse es aber warum immer diese map ich 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 hasse mein leben alter hier ist die lohn ist zum glück immerhin stark meine luna mein getreuer begleiter der mich sowieso ficken wird wie macht viel noch das mit konzern von 6 naja das denke ich mal ziemlich eindeutig doch ich kann jetzt so ultra schnell schwimmen wenn ich die switche über die dinge da müsste man zu machen gibt bestimmt viele klicks etwas lustiges wagen ich habe keine blöcke geil doch hier guck mal das geht hat mich gerettet alter lol das war so toll aus tschüss der andere wirft ihn immer noch raus ja das war es sowieso egal was der andere dein creeper cop ah ne ich dachte schon der hat einen richtigen also so diese dinge die man halt finden kann ich boge hilfe schwörer mann mann ich wollte doch mein dinge einsetzen eigentlich mein brandstifter kit irgendwie werde ich das heute noch einsetzen wohl ich mach mal ein labereimer weg zum wassereimer machen haltet mich für dumm ne ich weiß es ihr alle mich selber eingeschlossen hihihi es hat sich ja es hat funktioniert was die scheiß lohne greift mich an wie sehr ja ja die lohne hilft geil alter ich hab die lohne echt noch nie so toll eingesetzt richtig cool geil alter ich feier mein leben grad zu derbe ja alter richtig cooler move ah er hat geläftet ok muss ich nicht mehr retten das ist auch eine möglichkeit nehm noch drei spieler nice wir sind schon im halbfinale das ist doch toll na du kleiner wichser willst du mich mit deinen scheiß schneebällen abwerben oder wie wer ist sich für toll oder wie oder wie oder wie hätte die lohne ist sein warum greift die nicht an der andere will mich auch mit schneebällen ob mir fehlen noch schuhe das ist ein bisschen doof aber ansonsten sieht sie glücklich nicht richtig aus na gut das schwert wäre noch cool ein besseres zu haben erwarte nur so ne denkst du das macht was alter ist er dich für so toll oh nein ich bin gedamaged alter nein oh der brissel die da sieht so cool aus seit jemandem das macht von unten das wollte ich eigentlich nicht so machen ich wollte das war der tollste tot den ich jemals gelebt habe alter richtig peinlich irgendwie ich hab es gerade echt richtig krass verkackt ohne scheiß hoffe trotzdem hat die folge gefallen Alter, ich kann die Map überhaupt nicht leiden Nach wie vor, das ist die behindertste Einfallslos, also Kreativität Hoch, aber, ähm, ja, einfallslos Irgendwie, sehr schlecht gemacht Irgendwie, also mir gefällt sie überhaupt Nicht, wie findet ihr die Map? Schreibt's in den Kommentaren, wenn ihr sie auch so hast, wie ich Dann lass' einen Daumen nach oben da Ähm, wenn ihr sie ziemlich stark mögt Das ist ja was Positives, dann lass' also einen Daumen nach oben da Bis bescheiden Haut rein und tschau Outro